Spiel gespeichert Alles wird gut. Ja. Ich hoffe. Ach scheiße, wir kriegen das jetzt her. Ach so. Ha. Ich verstehe. Ach, was wird denn das wieder für einen Mega-Bau? Energieversorgung mangelhaft. Na gut, dass wir hier keinen Krieg haben, also ohne bewaffnete Einheiten. Verschlechterung im Gesundheitszustand der Bevölkerung registriert. Wo denn? Ach, da ganz oben. Ach. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Versetzt. Jetzt darf ich auch in dem neuen Hightech-Labor arbeiten. Verschlechterung im Gesundheitszustand der Bevölkerung registriert. Was ist denn da immer? Warum immer bei mir? Ach. Entwarnung. Seuchengefahr eingedämmt. Was ist denn da immer bei mir? Was ist denn da immer bei mir? Ich dachte immer, Unglück sei relativ. Jetzt weiß ich, dass ich Unrecht hatte. Ja, und Arno hat noch so ein ganz urliges Phänomen. Na? Du fängst es an zu spielen, du hörst auf und der Tag ist vorbei. Naja, ich meine, es ist jetzt mal eh ein Tag. Was hätte man denn sonst heute gemacht? Außer ob Leute in die Rührer geschaut. Boah. Schon richtig. Schon richtig. Ich meine, es ist eigentlich ein Tag. Was macht das Finanzzentrum eigentlich? Gucken, sieht aus wie Stehgreif. Die gucken, dass jeder seine Steuern zahlt. Richtig. Aber so richtig ausbauen tun sich deine Leute nicht weiter. Das sind zwar am Anfang die paar Häuschen. Ja, weil ich zur Zeit gestoppt habe alles. Ach so. Das wären mir sonst zu viele. Und dann sind wir so schon die ganze Zeit dabei immer die Warenkreisläufe hochzuschrauben. Ja. Derzeit bin ich auch mit der Kohle ein bisschen klamm. Deswegen musste ich die jetzt hoch besteuern und hab denen verboten aufzusteigen. Ach. Ja. 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 Wurde ja auch mal Zeit. 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 Ökobilanz. Werte fallen. Alter, ey, was ich an Zucker produzieren musste, die Hilde. Werte fallen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, 3D-Beamer bauen. Weeeeee! Yup! Optimale Forschungsbedingungen hier. Ich denke, ich mache heute eine wahnbrechende Entdeckung. Äh, geht man nicht immer mit der Stroh. Das ist so nacharschig arbeiten. Optimale Forschungsbedingungen hier. Ich denke, ich mache heute eine wahnbrechende Entdeckung. Ich denke, ich mache heute eine wahnbrechende Entdeckung. Du hast die Woche wieder Früh- oder Spätschicht? Ich habe nur noch Frühschicht. Nur noch Frühschicht? Ja, ist mir schon. Kann ich hier noch aufdrehen, oder was? Ja, doch. Aber erst mal läuft es so. Okay. Aber wird schon noch... Hört man halt mehr vom Tag, ist auch nicht so schlecht. Ja, klar. Was schraubst du zurzeit? Straßenbahn. Wann bist du eigentlich fertig da mit deinem... Jetzt erst mal in einem Jahr. Und denn? Denn, wenn ich gucken, was mein Durchschnitt sagt. Ja. Nennt sie. Und dann jetzt entweder in die freie Wirtschaft. Oder es wird nochmal ein anderer Tag. Wahnsinn. Und das lohnt sich nachher mit dem Geldverdienen? Ja. Okay. Wenn ich den Master noch ranhänge, findet ein Unterschied von bis zu 1000 Euro. Im Gegensatz zum Bachelor. Ja, wenn du noch... Achso, du meinst die sind anderthalb Jahre extra denn? Ja. Ja, und ich meine jetzt vorher das Studium so? Ja. Also deutlich mehr als beim Koch. Okay. Und das ist die Idee, wo man da anfängt? Ja, verschiedene Industrieunternehmen kannst du jeden mit dem Master habe. Kommen auch noch Institute und sowas noch mit dazu, was man so machen kann. Ja. Schon. Und Menge Möglichkeiten. Jedwas sagst du. Ja, auf alle Fälle. Naja. Oh, jetzt kriegen die hier noch ihre Beamer. Noch sind keine angekommen. Äh, ich will mich nächste Woche mal wieder mit René treffen. Hast du Bock? Nächste Woche war glaube ich, oh Gott, muss ich nochmal nachfragen. Kommt ihr am Mittwoch seit langem mal wieder nach Hause? Ja. Ja, kann man machen. Wollt ihr ein bisschen was machen? Wollt ihr denn auf alle Fälle B-Scheid? Jo. 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 Das war's für heute. Ich hab mir die auf STRG-Nummern-Tasten gelegt. Aber irgendwie nicht alle. So. 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 mal wieder was gemacht. Die habe ich noch nicht so voll. Und den habe ich schon komplett voll und bei zwei bin ich, sag mal kurz davor. Jetzt bei drei bin ich jetzt im dritten Kästchen. Ja. Bei der Gegenspielerin bei AIM, bei der Iden, muss sie auf zwei. Drei sind die Wüse. Die Wüse darf ich nicht mehr verkaufen. Spiel gespeichert. So, jetzt gibt es die 3D-Beamer. Es gibt hier gute Tage und weniger gute. Wie überall sonst auch. So, erinnert aber alles nicht daran, dass ich jetzt Feier mache. Jo. Reicht ja auch für heute. Speichern? Ja genau, speichern noch. Spiel gespeichert. Oder eventuell ja mal die Tage weiterzucken, wenn du Bock hast. Jo, gerne. Lass mir jetzt mal gucken. Reicht auf für heute. Schon ganz eckige Augen. Spiel gespeichert. Jo, da war lustig. Spiel gespeichert. Hat Spaß gemacht, ja. Achso. Alright. Bis zum nächsten Mal.